Tjaaa... Damit ein herzliches Willkommen zu Far Cry Primal. Wir haben 19.10 Uhr und wir spielen bis um 19.30 Uhr. Das sind 20 Minuten. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen wieder diese Maske von Grati stehlen. Na, hör mal, diese haben wir doch schon gestohlen. Wir mussten nur noch aus diesem verkackten Lager wieder entkommen. Oh je, dann zocken wir das Ganze halt noch einmal. Komm. Immer schön schwimmen. Gut. Wir haben Dunkel. Das heißt, wir sind gut geschützt. Also wir sind gut gedeckt. Dann mobsen wir uns einmal diese Maske. Was ist das? So etwas wie ein Altar. Okay. Da ist einer. Gut. Der ist tot. Na, toll. Die haben uns entdeckt. Das Ganze ging dann letzten Endes doch nicht so einfach als gedacht. Das war jetzt relativ schlecht. Sind wir hier? Okay, die suchen uns wieder. Aha. Oh, oh, oh. Oh. Das war jetzt weniger gut. Oh. Das war jetzt weniger gut. Zack. Gut. Da geht's hoch. Oh, komm, komm, komm. Gut. Sehr gut. Da ist diese Maske von Grati. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal außen rumlaufen. Die haben uns jetzt erstmal wiedergefunden. Was willst du eigentlich? So. Ja, komm. Dich nehmen wir auch noch mit. Vollidiot. Gut. Klauen wir die Maske von Grati. Okay. Ja, komm. Grati. 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 Die ist jetzt erstmal tot. Und wir müssen entkommen. Und wurden auch entdeckt. Gut, jetzt kommt noch das eine andere Spiel, das wir schon vom letzten Mal kennen. Das entkommen aus der Höhle von Grati. Gut, das habe ich mir schon mal gut gemerkt, dass es da hoch geht. Ähm, oh, Entschuldigung. Das hat so an sich, wenn man Cola mit viel Kohlensäure trinkt. Und wenn man hier ordentlich... Okay, von Anfang an durchzieht. Dann sterben die nämlich gleich aufs erste Mal. Muss man halt auch gucken, wo man trifft. Den hat es wieder auf einmal gefetzt. Na ja, Pasta, kenne ich auch, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es weitergeht. Ja, da bist du voll reingelaufen, wa? Zack, zack, zack. So. Vielleicht sind wir da doch nicht so ganz richtig. Gut, da kommen wir irgendwie gar nicht ran. Hey, wie konnte uns der jetzt treffen? Ja, ich bin Katar. Ne, ich bin nicht Katar. Ich bin Taka. Gehen wir einfach mal da hoch. Da können wir, glaub ich, gar nicht hoch. Wo geht's denn da hin? Wow. Der war fast gut, der Wurf. Wald auch nur fast. Da können wir nicht hoch. Leider. Oh. 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 Scheiße, Mensch. Das ist eine anstrengende Mission. Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Als nächstes doch da hoch. Genau, jetzt geht es ja da hin. Das zünden wir mal ganz easy an. So. Das wäre ja schon fast wie ein Zauber von Harry Potter. Irgendwie, wenn das Ding brennt, dann ist das nicht so effektiv, als wenn es nicht brennt. Ja, da bist du knapper mir vorbeigelaufen. Ja. Gut. Huiuiuiui. Gut. Hä, was ist da? Da kommen wir ja auch hin. Ach. Da ist ja dann nur dieser Beutel drin. Aber gut, ob man jetzt diesen Beutel hat oder nicht, das ist schon ein großer Unterschied. Ach, das ist ein schlechtes Timing mit dieser Keule. Das muss man so schon mal sagen. Ja, der hat uns natürlich mal wieder voll getroffen. Wo bist denn du? Gut, müssen wir härtere Mittel nehmen. Hm. Oh, noch mal einer. Oh. Also wenn die mal bei einem sind, dann kann man durchaus ein ernstes Problem kriegen. Ja, ist gut. Zweihändige Keule, Pfeilspeer, nehmen wir mit. Was hast denn du denn? Ihr habt doch bestimmt bessere Sachen, die man mitnehmen kann. Grundkunde! Fett, die Grundkunde! Ja, komm. Da seid ihr. Gut, da waren sie in dem Fall. Geht's da denn raus? Ja. Ja. Erfolg freigeschaltet. Grati, grati, grati. Die Maske von Grati. So soll es sein, meine Freunde. Club-Action beendet. Plus 80. Wow. Wow. Das war. Gratis. 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 Eben, Bratis. Gratis-Use. Machi. Gratis-Use. Gratis. Gratis. Was? Alles klar. Tensei. So. Ich wurde automatisch zur Karte geleitet. Wir werden jetzt hier einfach mal noch ein bisschen was upgraden. Am besten erlernen wir das einmal. Stellt bei der manuellen Heilung bloß ein Gesundheitsbalken wieder her. Bis zur 3 können insgesamt wieder hergestellt werden. Weitere Heilung ist möglich. Oh ja. Das ist gut. Was gibt's da? Die Bogenstabilität verbessern. Um Tiere zu markieren. Was gibt's das? Zwei Keulen statt eine. Das erlernen wir auch mal. Fallen. Stachelbombe. Machen wir erstmal das mit den Ködern. Dann das mit dem Nahrungsgedöns. Das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Machen wir noch das. Das machen wir auch. Gut. So viel gibt's da jetzt ja gar nicht mehr. Das meiste Hammer. Okay. Trifft dich mit Vinja in Bataris Tempel. Gut. Dann wird's. Alter. 4. 4.000 Meter. Leg mich am Arsch. Wir können doch auch mit einer Bestie reiten. Nein, können wir nicht. Toll, jetzt können wir zu Fuß laufen. Laufen. Ja, nee. Jetzt geht's. Den holen wir. Reiten können wir auf dem Säbelzahntiger. Also nehmen wir den in erster Linie mit. Seltene Beißfische bräuchten wir da noch. Einen seltenen Beißfisch. Hm, das machen wir nicht jetzt. Ja, jetzt komm, was ist mit dem Säbelzahntiger? Gut. Da ist er ja. Also, Jüngchen, gib Stoff. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Na komm, gib Gas. So kommen wir doch viel schneller voran als zu Fuß. Und wir werden auch nicht angegriffen. Also, zumindest mal nicht von Tieren. Aber von Menschen. Tigri mit Taka, das sind die zwei T's. Ja, ist gut. Ich kann jetzt nicht so sonderlich gut reiten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die Finalmission ist. Ansonsten ist das Game bald aus. Und das wäre schade. Da haben wir jetzt noch einen weiten Fußweg. Das ist ja eine Quälerei für uns und das Tier. Hier. Also, das ist ja nicht mehr feierlich, das Ganze. Moment mal, vielleicht. Ja, natürlich. Wir können ja noch eine Schnellreise machen. Wenn ich jetzt nur weiß, wo dahin. Wir gehen doch da nicht zu Fuß. Also, Leute, bitte. Rotblätter brauchen wir unbedingt wieder. Es ist immer gut, ein volles Inventar zu haben. Denn dann weiß man auch, was man hat. Das ist durchaus wichtig. So, wir dürfen jetzt hier eigentlich nicht angegriffen werden. Weil wir unser Tierchen ja dabei haben. Da ist der Dax hier optimal, um sich irgendwelche Feinde von der Backe zu halten. Und ich glaube, ja, es ist schon Zeit. Wir haben schon nach halb acht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.